Digitaler Kronlist, 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 Kronlist. Für die, die es nicht wissen, sage ich nun, was das ist. Es ist ein YouTube-Kanal, die Number One auf meiner List. Und er heißt, wie gesagt, Digitaler Kronlist. Was erwartet Sie hier? Wenn der linke Mediensprech für dich kaum zu ertragen ist, geh auf YouTube und schaue Digitaler Kronist. Denn dort wird der ganze Mainstream-Propaganda-Mist vom Kronisten enttarnt, der beste Medienanalyst. Auf dem Kanal wird auch gelacht, scheint die Lage noch so trist. Ja, die Stimmung, die ist gut, nirgendwo ein Extremist. Denn es trifft sich doch die Mitte, die komplett vernünftig ist. Die Gemeinde, die wächst, so ein Kronist, wurde vermisst. Und nun ist er da. Und er heißt... Digitaler Kronlist, 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 Kronlist. So, jetzt habe ich es gesagt, damit ihr es alle wisst, werde Abonnent, wenn du es nicht schon lange bist. Und jetzt noch einmal, der Kanal heißt Digi-Taler-Kronist. Weiter sagen. Digitaler Kronist. Alles Gute und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Unglaublich. Unglaublich!